Moin liebe Legends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier, Ladies & Gentlemen, heute probieren wir einige Custom Games aus, wie ist das möglich, meine Anträge sind zwar noch nicht durch, aber der liebe Mika von der MikaEasterCrew hat mir einen Account zur Verfügung gestellt, wo wir mit Custom Games zocken können, an dieser Stelle, tausend Küste gehen raus, vielen, vielen Dank Digga, Freunde, erster Link in der Videobeschreibung, schaut bitte vorbei, der liebe Dude ist ein richtig geiler YouTuber, zockt auch leidenschaftlich gerne Fortnite und andere Games, wir werden auch eine eigene Kooperation in Zukunft starten für euch, einige Turniere veranstalten, Giveaways für euch rausballern, die Stars Ananas, richtig geile Aktion werden wir für euch machen, viel, vielen Dank an dieser Stelle, meine Motze und meine Leute von der Community chillen gerade im Discord, hören mich gerade nicht und wissen nicht, dass wir heute so Chris Sagt unter anderem machen, vielleicht noch andere Sachen ausprobieren mit den Custom Games, was wir noch nicht wissen, im Ehren von Lumi hat heute Geburtstag, also schon mal erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle, werde ich heute nochmal zweimal 15 Euro verlosen, als Dankeschön auch, dass wir heute dabei sind, ja, das mit dem Preisgeld, was wir gleich gewinnen können, werde ich dem gleich erst sagen, dann ist es ein kleiner Überraschungssfall, und dass das Ganze gleich so ein bisschen interessant und schwitzig wird, ich bin gespannt, wie die darauf reagieren, und ich würde sagen, Freunde, starten wir mit der ersten Runde, Video ab dafür! So, Freunde, der erste Custom Game jetzt wird Chris Sagt sein, wir spielen eine Runde, Chris Sagt, wir gehen direkt rein in die Olga, alle sind mit am Start, ich glaube, die haben sich jetzt alle gemütet, die wollen nicht mehr mit mir sprechen, Kappa. Ja, wir landen in Pleasant Park, looted alles das, was ihr finden könnt, das Einzige, was ihr dafür benutzen dürft, sind Materialien zum Bauen, let's go, der Hase! Nicht zu vergessen, die Grundstellung ist still, mich angucken, unabhängig davon, ob ihr eine Waffe oder die Spitzhacke in der Hand hält, dieser Befehl wird ganz, oder nur teilweise von einem anderen Chris Sagt, Befehl widerrufen! Wer war das? Wer hat mich angeschossen? Ich hab ein Ex! Wenn ich den erwische, Junge, der mich angeschossen hat, Alter! Okay, Chris Sagt, kommt hier zum Fußballfeld, hört euch mir gegenüber hier auf die Wand auf, die ich hier gerade baue. Chris Sagt, wer weiß, wer mich gerade angeschossen hat? Einmal bitte vortreten. Chris Sagt, einmal vortreten, wer weiß, wer mich gerade angeschossen hat? Okay, Chris Sagt, wer hat mich angeschossen? Bist du Ehrenmann oder bist du Unun Ehrenmann? Ich hab dich angerufen, ich wollte einfach nur, Chris zu trollen, ich hab dich auch eben angeschossen. Ja, das war's komplett. Okay, Freunde, Chris Sagt, lasst alles aus eurem Inventar droppen, was ihr besitzt, allen geilen Klamotten nur für mich. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Ja, Minis nimm mal mit. Wie nimm mal dem mit? Okay, erstmal gönnen wir uns natürlich hier Minis. Junge, wer ist er denn? Wer ist er denn? Okay, okay, Chris sagt völlig den. Das ist Karmel. Wo kommt der her? Der war süß, der war süß. So, nehmt euch jeder eine Waffe. 1, 2, 3, 4 müsste ich jetzt erschießen. Freunde, ihr müsst... Ich hab nichts gemacht. Das Chris Sackbefehl müsst ihr warten. Das ist jetzt noch ein bisschen Test. Das sind die Scheiße schon Poster. Und muss... Sonderhalter. Sonderhalter. Achtigung gezogen, ne? Oh, Luke. Was denn, ich hab' einen Staffdrück gefühlt nehmen. Wann hab ich den gesagt? Ich würde übernehmen das. Aber du hast Glück, das sind Skink er dazu geil, bis sie wirklich kell aus. Freunde, bis jetzt war ein Test. Jetzt geht die Endzellage los. Freunde, auf Lums Geburtstag heute spielen wir in dieser Runde um 15 Euro. Also strengt euch an. Jetzt geht die Party erstmal richtig ab. Okay, Christak, einstack mit der Spitzhacke. Spring. Spring. Das war's mit Lord Loo. Ah Gott. Also Freunde, alle, die das benutzt haben, müsst ihr jetzt auch killen. Denk dann auf jede Kleinigkeit. Wir sollen dir doch stetig folgen. Ja, aber folgen heißt, wir müssen auf das Ding drauf gehen. Stopp. Ah. Hier, der Noah, tut mir leid. Oh, oh. Was? Das war's komplett. Meine Hände schwitzen einfach anders, Alter. Da hört ihr's, Freunde. Ich hab's euch gesagt, grad bei der Anmoderation. Hört ihr's, Freunde. Ich hab's euch gerade gesagt in der Anmoderation. Wenn ich sage, es geht hier um Dick-Wins. Wenn sie alle nervös. Christak springt. Das ist jetzt noch der Geburtstagsmodus. Christ sagt, dafür musst du jetzt uns ein Lied singen. Das Lied. Christ sagt, los. Egal, Christak sing ein Lied. Herzbeben, lass uns leben. Wir verfolgen, Herzbeben, lass uns leben. Oh, das war schwach, hier. Dafür gibt's ein Lied. Wir wollen Wasser leben, Herzbeben. Okay, Christak macht eine E-Mode. Chris sagt, ducken. Christ sagt, ein Schuss nach oben. Nachladen. Chris sagt, mich nachladen. Chris sagt, dreht euch von mir aus gesehen links um 90 Grad. Puh. Jax, das tut mir leid. Ja, da musst du auch. Ja, ich auch, ey. Das sieht so geil aus. Einfach, alle dreht sich in einer Richtung außer einer. Fällt davon weg. Chris sagt, ein Schuss. Das war's mit Dollar. An dieser Stelle. Nur noch Maurice und Luke. Immer mehr schütznell. Ich muss jetzt gleich nachladen. Okay, nachladen. Ich hab' einen Schuss. Okay, Christak folgt mir. Christak in die Hocke. Christak stopp. Christak betet mich an. Bietet mich an, nee. Hallo, vernünftig. Christak bittet mich richtig an. Ich bin der Freund, als Gott. Ja, guck mal hier. Warte. Okay, Leute. Christak folgt mir. Okay, Chris fragt euch. Habt ihr Lust auf ein episches Spitzhackenduell? Oder wollt ihr einfach weiterspielen? Weil ich wär für weiterspielen. Ich wär für Spitzhacke. Okay, ähm, ähm, äh, Fan ist halber. Sagen wir dann einfach mal, wir machen weiterspielen. Stopp. Christak, ein Schuss nach oben. Damit hat... Nimi gewonnen. Was war jetzt? Christak, ein Schuss nach oben. Gibt's, das geht. Bam, 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 bam. Okay, Christak macht ein E-Maut. Ein Party-E-Maut. Wuuu, yeah, sexy. Okay. Nice. Okay, Chris sagt, äh, kill mich. Auf Ehre. Boom. Der hat er gewonnen. Lumi, die ersten 15 Euro gehen natürlich als gewusstes Geschenk. Richtig geil gemacht. Und in diesem Sinne, Legends, ab in die nächste Runde. So, Freunde, die letzte Runde des heutigen Videos. Ein geiler, schmater Skin Contest. Wir landen in Salty Springs. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Gibt alles, Freunde. Es geht wieder um saftig, knaftige 15 Euro. Also, Freunde, Legends, strengt euch an. Auf jeden Fall ganz wichtig für den Skin Contest ist, Material zu sammeln, für die Bühne aufzubauen. Für die erste Runde, die Strecke aufzubauen. Für den Catwalk, oder wie nennt man das? Nennt man das Catwalk? Moonwalk? Nee, wie nennt man das? Bei Models. Catwalk, ne? Catwalk, ne? Models Skin Contest. Yeah! Ach, was soll ich noch sagen? Also, seitdem es Custom Games gibt, muss ich sagen, ist Skin Contest schon einer der geilsten Challenges, die es so gibt, die erfunden worden sind. Hat auf jeden Fall was Spannendes. Ich bin richtig gehypt darauf, richtig gespannt darauf, was für Storys wir gleich hänglich werden, was für den Skin Contest wir hier haben, Freunde. Die Bühne wird gleich eröffnet. Legends, die Bühne ist eröffnet. Ich will sagen, der Erste kommt hier mal rein in die gute Stube. Wir wollen mal gucken, wer uns hier beeindruckt. Ja, treten sie näher. Treten sie näher. Komm rein. Nicht so schüchtern, nicht so schüchtern. Lass mal hier zu machen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Geim Agent mit der Waffe um drauf. Oh, okay. Ich hab ihn zwar schon gesehen, aber er ist jetzt mich gerade überzeugt, also du bist jetzt mal weiter. Let's go. Okay, next. Next. So, oha, alter Pirat. Guck mal, die wollen mich hier richtig beeindrucken. Die geben sie richtig mir. Geil aufgezogen, geil gemacht. Du bist auch weiter. Let's go. Okay, next. Alter, wer ist er denn? Das kenne ich ja mal gar nicht. Der ist auch fresh. Okay, du bist auch weiter. Okay, hier haben wir Marshmallow Cluster. Ja, geil. Aha, ey. Das Blackfin ist mega geil. Picktags muss ich auch sagen. Läuft so ein bisschen in das Style. Okay, lass mich auch überzeugen. Du musst auch weiter. Okay. Der letzte, glaube ich, im Munde. Ja, das ist... Alle weiter. Äh, Mann. Okay, komm. Du bist auch die nächste Runde weiter. Alle... Hey, Freunde. Also sowas gibt es ja. Es sind alle die erste Runde weitergekommen. Ähm, Legends, wir gehen mal eben kurz hier in die Zone wieder rein. Also kommt, äh... Kommt irgendwie in die Zone. Wir fangen hier bei Rudolf an. Wir fangen bei Rudolf an. Bei Rudolf, äh, geht die Action los? Erzähl mir deine Geschichte. Haha, wie geil, Alter. Der Emo ist einfach so geil, ne? Ho, ho, ho. Heute gibt es Geschenke, liebe Legends. Und zwar 15 Euro für den Gewinner des Skin Contest in diesem Video. Puh. Bam. Da ist der Schneeball. Oh nein. Er hat die Schneeballschlacht gewonnen. Das war nicht das, was er sich gewünscht hat. Okay, fand ich gut. Hat mich irgendwo überzeugt. Äh, bleib mal da stehen, wo du bist. Du bist erstmal weiter an dieser Stelle. Hier, du, Sloppy. Sloppy, du bist der Herr. Let's go, erzähl mir deine Geschichte. Okay, er hat keinen Aim. Er lacht sich kaputt, weil er einfach zu doof ist. Game over Rage Crit. Er hat keinen Bock mehr, weil er keinen Aim hat. Er hat nur verkackt. Fühl ich, fühl ich. Fühl ich. Okay, pass auf. Blobby, stell dich mal hier. Da. In die Wand. Oder bist du, bist du, oder hattest du noch was? Hattest du noch was? Wenn du noch was hast, dann erzähl ruhig zu Ende. Okay, ah, er hatte noch was. Oh, entschuldigung. Er hatte noch was. Okay, also er sagt aber jetzt, er hat vielleicht trainiert. Ist Baumeister Pro oder was? Okay, hier geht's weiter. Was macht er hier? Ah, Baumeister Pro. Okay, ich glaube, das soll Baumeister Pro gewesen sein. Aber wenn ich ehrlich bin, er hat ja gerade gesagt, kein Aim, kein Deast, aber ist Baumeister Pro. Ah, zu mir leid, das passt leider nicht zusammen. Das passt eigentlich zusammen. Ah, Lumi. Das passt leider von der Story meiner Meinung nach nicht zusammen. Okay, erster ist raus. Der Marshmallow Skin. Let's go, der Hase. Erzähl mir deine Story. Okay, er hat eine Bühne aufgebaut, vermutlich. Oh, geil, mit den Farben. Alle fallen ab. Ich habe leider kein Marshmallow Skin. Kann ich mit der Wand. Dance, okay. Achso, ich wollte schon gerade sagen, Alter. Mich hat jetzt gerade eben einer abonniert. Claps. Ehre. Okay, mit der Beanshow finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Okay, Marshmallow, komm mal hier hin. Komm mit. Du bist auch eine Runde weiter. Geh mal zu dem, äh, Dings da hier hin. Eh, zu dem da hinten. Da. Da die Richtung. Der Agent ist da dran. Kann ich mal können. Also, ich fand den Anfang gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Du bist dran. Hallo? Okay, Piratenschiff. Sieht schon mal geil aus hier mit den, äh, das Piratenschiff. Also, ist hier. Im griffigen Zonen. Ja, im Moment. Okay, er hat einen Schatz gefunden im Piratenschiff. Okay, äh, ist nicht schlecht. Du musst auch weiter. Okay, Jungs, Medals, wir müssen einmal in die nächste Saison. Pirat, erzähl. Hi, okay. Du musst gucken, was ich da unten habe. Oha! Geil, ja, der ist ein Tintenfisch. Okay. Der Reiher hat er erschossen, ja, alles klar. Vielleicht auch C-Satz zu neuen Season. Finde ich gar nicht so schlecht, hier die Kajüte. Was macht er jetzt? Das wollte ich. Fertig, oder was? Okay. Nass gemacht, du bist auch weiter. So, Aachen, endlich das, äh, zähl. Okay, da ist ein Schloss, will er knacken, irgendwie. Erfekt. Oha, er macht C4 rein. Okay, mit C4 hätte er explodiert, alles klar. Nein, ich bin Überflug machen. Oder schützt ja die, weiß ich gar nicht. Okay, hier rein. Oha, da, ach, 8-Ball, das ist der Bösewicht. Oha. Ah, moin. Ah, scheiße, wir müssen die sauen. Okay, Freunde, wir kommen jetzt zum Dance Battle. 3, 2, 1. Let's go! Okay, er macht diesen Emote. Also, es ist ein Dance Battle, ne? Dominant. Oha, der ist geil. Er sagt, ich zeig's dir drauf. Er macht den Reiter. Komm, Jolla! Okay. Der Pirata leider hat mich nicht überzeugt. Okay, er macht den auf Weihnachten. Auf gemütlich, im Dance Battle, alles klar. Obwohl die Musik ja nicht so schlecht ist. Okay, er geht weiter. Komm, haut raus, Freunde. Haut raus. Okay, das ist nicht ganz so schlecht. Jetzt sind wir ein bisschen gerettet hier. Lichter hinterher stampen. Geil gemacht. Oh, er gibt den Klepp, er gibt den Klepp. Er gibt den Klepp. Zunge. Der ist auch nicht schlecht. Bruder, Bruder, ihr müsst mehr. Okay, jetzt gibt er, jetzt gibt er ihn. Komm, macht einen Sticker. Schnell, Sticker. 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 Ah, tanks gut. Okay, zeig ich mir eure Waffe. Waffe, Lackierung. Okay, weiß. Und du, Rudolf? Nee, deine Waffe, weil du keine hast. Ja, ich hab keine. Ah, da, danke. Weihnachtsstimmung aufgebaut. Okay, ich will jetzt noch mal Spray sein. Spray. Spray sein, Spray sein. Okay, Tano, wenn das passt. Warte, warte, warte. Ein Marshmallow. Ach, Digga. Äh, nochmal ein Emote. Macht einen Emote. Beide noch einen Emote. Schnell. Schnell, Emote. Kurz, wo bin ich? Emote. Okay. Das passt leider nicht. Ich muss sagen, der letzte passt zu dem Bühnenauftritt, als er sich verbeugt hat. Gleiter. Pirat als erstes. Let's go. Okay, für Skelett. Äh, du bist dran hier. Marshmallow. Mach nochmal. Mach nochmal. Einmal hier. Äh, nochmal. Warte. Oh, Bruder, das ist schwierig. Das war gerade ein bisschen... Okay, ich will jetzt mal Dance Battle, Dance Battle. Dance Battle. Let's go. Zeig, wer es drauf hat. 3, 2, 1, let's go. Tanz. Ich muss koppeln. Okay, er will vielleicht feinen. Er gibt ihnen Depp. Marshmallow Depp. Er macht das gleiche. Komm, zeig, was sie können. Oh, der ist geil. Der ist geil. Okay, zeig mir nochmal eure Waffen. Zeig mir eure Waffen. Zeig mir eure Waffen. Grün, okay. Emote. Ja, ich meine Sticker, 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 Sticker. Sticker. Okay, er hat ihn. Wen hat er? Oh, 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 Bruder. Das war aber Pluspunkt. Okay, nochmal Sticker. Sticker, jalla. Sticker. Ah, ja, Stick. Okay, Spray. Jetzt noch ein Spray. Spray, 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 Spray. Okay, den haben wir schon gesehen. Ich hätt noch einen. Wer ist er denn, Alter? Oh, Sushi. DJ. DJ, komm, noch ein Spray, noch ein Spray. Schnell, noch ein Spray. Noch ein Spray, schnell, 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 schnell. Ich hab keine mehr vorbereitet. Jetzt wird schwitzt sich, letzte Summe. Schnell, 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 schnell. Bist du Kugel, wer nennt er? Was ist das denn, Kohle, Alter? Scheiße, ich dachte, das wäre Gold. Geht mir leid. Äh, ich würd sagen, du darfst mich töten. Gewonnen hat Marshmallow. Das war Jack Spatui. Herzlichen Glückwunsch. Gigi, an dieser Stelle. Hätt ich nicht gedacht, Alter. Äh, Marshmallow ist ein geiler Skin, muss ich sagen. Einfach gehalten, aber richtig gut überzeugt. Auch mit dem kompletten Bienen-Outfit, den er sich da reingehalten hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ja gemacht. Legends, an dieser Stelle soll's mit diesem Video gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und ich würd sagen, äh, sowas machen wir ein bisschen öfter. Und werdet meine Community ein bisschen rumschreiben, wer Bock hat, mal offline so ein Video aufzunehmen. In diesem Sinne, Legends, macht's gut. Ich hab mir vor dir mit öh, euer Christoph und Kumezois. Und wie immer, Grubfest. Ich hab mir vor dir mit öh, ich hab mir vor dir mit öh, ich hab mir vor dir mit öh. Ich hab mir vor dir mit öh, ich hab mir vor dir mit öh.